Frau Davidis, was ist Ihr Behandlungsangebot und an wen richtet es sich? Ich biete psychologische Beratung an für Einzelpersonen und für Paare mit dem besonderen Augenmerk auf der Sexualität. In meinen Beratungen schauen wir, warum die Sexualität zum Beispiel schwierig geworden ist. Die Menschen lernen, ihre Bedürfnisse wieder kennen und sie auch auszudrücken. Und dann gibt es noch den körpertherapeutischen Aspekt. Unsere Lebensenergie ist gleichzusetzen mit der sexuellen Energie. Sie entsteht im Becken und sollte sich ungehindert im ganzen Körper ausbreiten können. Manchmal tragen wir jahrelang schon Blockaden mit uns herum, die wir gar nicht mehr bemerken. Und da kann ich dann in meinen Werkzeugkasten der bioenergetischen Tools greifen, um die Energie wieder freifließen zu lassen. Wie bringe ich meinen Partner dazu, gemeinsam bei Ihnen eine Sexualberatung zu machen? Das ist eine gute Frage. Ihr Partner ist ein freier Mensch. Und wenn er nicht der Meinung ist, dass es für Ihre Beziehung eine Sexualberatung braucht, hat es auch nicht viel Zweck, ihn überreden zu wollen. In so einem Fall empfehle ich dann der betreffenden Person, erst mal alleine zu mir zu kommen. Das kann schon helfen, dass man mal sortiert und sich innerhalb der Beziehung neu positionieren kann. Und dafür, dass ich einen durchlässigen Körper habe, in dem die Energie frei fließen kann, bin sowieso nur ich alleine zuständig. Jeder Versuch, den Partner ändern zu wollen, ist eh vergebliche Liebesmüh. Aber wenn ich für mich was tue, wirkt sich das auf alle Fälle auf die Beziehung aus. Und das ist, wenn ich für mich was tue, wirkt sich das auf alle Fälle auf die Beziehung aus. Und das ist, wenn ich für mich was tue, wirkt sich das auf alle Fälle auf die Beziehung aus.